hallo und herzlich willkommen liebe freunde ich hatte kurz ein aufnahme problem das heißt ich habe die luchest schon gesehen aber dann beim schneiden entdeckt dass die tonaufnahme scheiße war richtig scheiße es war so ein rauschen so deswegen hört er mich jetzt so heilmäßig weil ich nehme das jetzt über die kamera auf weil da muss ich mal gucken was ich da mache ja wir haben hier die luchest juni und dann schauen wir mal noch mal was so alles drin ist für euch natürlich das erste mal ich mache das sehr gerne für euch doppelt und dreifach alles aufnehmen haben wir hier zuerst das buch juni 2017 wenn es mal fokussiert ja da ist es ja so dann haben wir als erstes hier eine star wars tasse mit glaube ich boba fett ist das einmal hier von jeder seite hinten ist nicht so dann packe ich die mal aus müll packe ich weg und hier noch mal die ganze tasse im blick so also ich glaube es ist boba fett ihr könnt ja in die kommentare schreiben ob es ein anderer ist oder sonst wer so dann haben wir ein hier schönes die komplette wonder woman story ein gratis comic weil ja der film morgen glaube ich anfängt auf aufnahme datum also ist es dann morgen ja hier sieht man wie ich glaube ich wonder woman entstanden ist das sieht man ja auch glaube ich dann im kinofilm ja ihr seht das ja noch mal previews sind heute und dann morgen ab morgen im kino ich werde ihn vielleicht mal gucken mal irgendwann mal gucken ich bin ja nicht so der superhelden typ ich mag nur batman und spider-man ich werde mir natürlich die neuen spider-man auch angucken so als nächstes haben wir hier ein star wars das ist ein ganz normales geschirrtuch so mit einem stormtrooper drauf und unten steht dann nochmal star wars ganz normales tuch ja ja so hab ich auch mal hier zur seite so als nächstes wieder was von wonder woman socken schöne socken ein loot chest äh dings keine ahnung egal so also von wonder woman socken eine Größe ich glaube das geht auch für fette füße ich glaube das geht auch für fette füße so sehen die aus mit dem logo von wonder woman ich habe ja schon mal socken gekriegt die von pacman waren das glaube ich die habe ich auch gerade an so als nächstes haben wir hier mal wieder die süßigkeit nämlich so ein regenbogen ding ihr könnt da so eine schlange so eine hubabubaschlange sage ich jetzt mal ja müsste ich dann mit mir mit mir mit andy teilen oder ich muss mich um darum prügeln so dann haben wir glaube ich nur noch zwei items ja dann kommen wir hier zu einem boss monster baue dein dungeon also baue dein monster kartenspiel glaube ich hier einmal die spielanleitung das riecht so gut ich liebe so ich liebe so neugeruch von dvds auch das ist so geil dann hier haben wir hier diese taro karten nein die spielekarten einmal die dann gibt es noch so welche ich halte das ein bisschen schreck weil sonst blendet das licht so dann hier nochmal so weiße fokussiere mal so nick der zekloppa der zekloppa der zekloppa natürlich der zekloppa so also ein kartenspiel haben wir dabei und natürlich wie jeden monat das t shirt und wie ihr bestimmt schon erkennt aus welcher serie es ist ich kenne sie auch aber ich gucke sie nicht das bier das schönste getränk von homer simpson ich glaube das einzige getränk was homer auch trinkt ja in der größe ich guck mal natürlich von b und c und in der größe glaube ich xxl das ist andys größe toll wieder kein t shirt ich vergisse immer diese größen um umzutauschen auf der luces internetseite packe ich hier schon mal nochmal alles rein also wenn ihr die luces auch mal bestellen wollt am anfang des videos habt ihr ja die preise gesehen pro monat und 5 euro mehr für die plus version die plus version haben wir jetzt auch neuerdings erst seit 2 boxen glaube ich dann gucken wir uns jetzt nochmal die luces bedienungsanleitung an so der future channel ist crazy family hoffentlich sind wir da auch mal bald drin so dann haben wir einmal das daft bier t shirt obwohl da das bier gar nicht drauf steht lizenz shirt also ein lizenziertes shirt das wollte ich auch sagen blue chest exclusive wollte ich sagen dann haben wir hier die tasse die haben wir bekommen die gibt es noch und wie ich sehe es ist doch so eine wärmetasse weil hier sieht die ja anders aus als hier auf dem bild mal gucken ob das wirklich klappt dann hatten wir noch das habe ich jetzt nicht mehr in die box rein getan nämlich gleich in den kühlschrank gepackt da gibt es ein drink ich glaube a powerful punch also es ist kein energy drink da hatte ich in der ersten aufnahme gesagt dass es ein energy drink ist aber ist keiner dann gibt es also die dosen gibt es noch mit captain america ant-man black panther wo auch bald ein kinofilm glaube ich rauskommt den kenne ich nicht den auch nicht und iron man ich weiß noch nicht mal wen ich jetzt auf der dose hatte so dann haben wir hier noch das star wars geschirrtuch 5 euro dann diese wonder woman comic und da gehört auch das dazu die süßigkeit wo ich mich noch mit andy drum brüllen muss dann haben wir hier nochmal die socken von wonder woman und das plus ist dieses kartenspiel oder gesellschaftsspiel wo du dir deinen eigenen monster bauen kannst so ich hoffe jetzt hat die aufnahme mal geklappt wenn sie geklappt hat sehen wir uns schon in der nächsten loot chest und ende des monats haben wir auch noch mal ein unboxing das ist eine überraschung für euch also abonniert unseren kanal damit ihr dieses video nicht verpasst und die nächsten schon mal auch die nächsten schon mal gar nicht verpasst und schreibt fleißig kommentare liked uns empfiehlt uns weiter wir hoffen auf euren support und nochmal danke an von andy dass ihr uns unterstützt obwohl wir noch eine kleine gruppe sind und eine kleine community ja das wars dann ich bin jay oder auch jannik genannt wir sehen uns bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.